Ich hab gesagt, wir sind nackt. Hast du einen Schniedel? Zeig mal. Nein, scheisse. Externe. Ich check das Game in mir einfach nicht. Ich kann es nicht checken. Wie heisst es überall? Unturnet. Unturniert. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, ein Zombie! Oh, Waffen, Waffen! Fick dich doch! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. So, sali zusammen. Das ist die Idee von der Master Drunkins. Hallo, der Vega von Grimgames. Ich spiele hier mit den Queen-Team-Games, Leute zusammen. Rock'n'Vigo. Und wir machen hier ein kleines Let's Test, so wie das kommt. Genau, scheisse. Ja, unturned, hey. Ich will nur anmerken. Bis jetzt bin ich einfach eher unimpressed, als unturned. Aber sie sind... Wack ihr Zombie! Okay, Sound ist geil, wenn ich schwarz. Ich weiss, kann man die über Wolken ausstellen? Das sieht begeisterlich aus, ey. Weiss, wie zum Teufel finden wir uns da? Ich habe keine Ahnung. Wir laufen etwa 8 Zombies aus rein, ja. So. Ja, das endet wie bei den Hunters. Uh, geil, geil, geil. Ein paar Minuten später hören wir aus. Ja, wahrscheinlich nicht. Oh, das ist das Auto. Also, so zum Game, also was wir uns jetzt herausgefunden hätten, das hat also ein wenig etwas zwischen... Oh! Du verdammte! Oh, ich weiss! Gib mir das hier! Gib mir das hier, gib mir das hier! Nein, 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 nein. Nein, gehen wir nicht, ja. Ui! Scheisse, Nicola, ich kann nicht das Auto. Zieh mir das Auto aus. Nein, nein, nein. Zieh mir das lustig. Ja, das ist schon arm. Scheisse! Nein, ich werde gerade aufgefressen. Ich nehme jetzt meine Waffen weg. Ah, da. Ich habe mich auch nicht geschrottet, weil ich in den Laternenfahnen gefahren bin. Ich bin tot. Puh, ähm... Kann man da irgendwo hin, wo man nicht von Zobis ab ist? Oh, oh, oh! Kennt ihr Kino der Toten? Das Kino der Toten? Oh, da hat es ein Dings, da hat es ein Hirsch, Hirsch, Hirsch! Scheisse. Scheisse. Er ist kaputt. Nein, ich kann nicht zum Scheisse. Perfekt so ein Game, ey. Altmaid führen, und du musst ihn identifizieren. In der Nacht, der Altmaid ist auch mein Feuer. Warte, ich fahre ihn nachher, ich fahre ihn nachher. Ich fahre ihn nachher, ich fahre ihn nachher. Wer hat ein Rosenauto? Wer hat ein Rosenauto? Ich, Pinkauto. Ja, ja, oh, da kommt ein nackter Typ an mich zuzeckeln. Ähm, ich habe ein Dings auseinanderge... Äh, scheisse, kann ich da nicht runter... Warum bist du im Wasser? Wieso? Wo sind wir? Also das Auto. Ah, da, 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 da. Da hat es Zeug... Yes, da hat es Fleisch. Wer ist da im Wasser drin? Ich? Wahrscheinlich. Hinter dir? Ich habe gerade das Dings überfahren. Ich habe einen Hirsch überfahren. Ich habe voll genau das gleiche Face. Kann man sich mit F5 ansehen? Warte, warte, warte. Warte, wer das weiße Hände genommen? Ja, das Trollface natürlich. Okay, das habe ich gerade auch. Ähm, hey! Uah, von so weit hast du mich geschlagen. Ja, voll. Ey, warte schnell, ähm... Wieso, weil ich das Ding so überfahren wollen? Ähm, der Hirsch. Ja, aber brauchst du doch nicht. Doch, vielleicht kann man etwas damit machen. Ich bin, glaube ich, in einer Militär-Base drin. Ja, ich war auch mal. Es ist in einer richtigen Golf-Feld. Ein was? Golf-Kurs. Golf-Kurs. Keine Ahnung. Seht ihr das wissen? Ja, ich weiss nicht. Aber dann wäre vielleicht im gleichen Ort. Ich schaue, ob ich dir das Auto gewinne. Ich verpisse mich wieder. Ich laufe der Küste entlang. Ah, nein, sind die Zombers. Ja, wir laufen zwei Tage noch nicht mehr. Ach, sag, wir sind nackt. Hast du einen Schniedel? Zeig mal. Hahaha. Nein, scheisse. Ich sehe jetzt noch mal meine Beine und meine Füße, wenn ich runter schaue. Was ist das? Das ist ein Dorf. Ah, da hat es noch mal einen Hirsch. Was ist das Schermerhaus? Ja, wahrscheinlich. Hehehe. Hehehe. Ist das Auto? Wo? Ah! Hinten. What the fuck? Ihren Fallenkleid. Also Fallen? Ja. Ey, wie checket ihr das Game so schnell? Ja, ich habe eigentlich etwas ausgewählt. Ich denke, ich will einen Hut anlegen oder ein Glas. Und dann habe ich eigentlich ein Sollengebein. Was kannst du schon machen? Ich muss schon etwas schauen. Oh, ich habe Fleisch. Können wir vielleicht... Oh, da kommt ein Zombie. Oh, help! Oh! Komm weg. Ah! Kommen wir zu euch und schauen, wer das Auto findet. Okay. Also ich bin immer der Militärbein und zickele. Ganz leid. Hä? Sind da Reifen? Kein. Der hat es für Barrikade... Nein, nein. Das sind am Boden liegende Zombies. Ah! Du kannst rechts und links klicken. Dann hast du beide Fäuste. Ja, ja. Das habe ich gar nicht gehört. Der ganze Tür mit einer. Aber der brennt. Da ist das Auto, aber das ist ein bisschen kaputt. Ja, gehen wir weiter. Oh, da ist einer. Stopp-Schilder auf alle Seiten. Ja. Das sieht gut aus da hinten. Ja. Boah, du hast nicht... Die Zunge sind in dir. Ja. Shit, ich muss Säckchen. Ich muss Säckchen. Ja, ich sehe das. Oah! Run, motherfucker, run! Uah! Moves gibt. Drinnen, drinnen, drinnen. Ich kann gar nicht. Ich kann gar nicht. Mann, ist das laut. Ich höre nichts weg. Ich kann nicht Gas gehen. Ja, du bist kaputt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin nicht im Kreis bei mir. Scheisse, ich bin tot. Nein! Ich bin allein. Boom. Ui, das auch noch. Oh, Gott. Scheisse. Ey, ich habe nicht Lootstärken. Ich habe den Scheiss-Zongi-Sergli abgetan. Ja, ich habe eine Gesamt-Lootstärke abgetan. Ja, ich habe eine Gesamt-Lootstärke abgetan. Ja, ich habe eine Gesamt-Lootstärke. Wow, war das schwierig, ey. Was ein Loot gewesen, ey. Gruntstock. Oh, tot! Tot! Jetzt ran! Ja, super. Null-Energie. Ich bin am Arsch. Ey, wurschtest du das hier überleben? Ja, das ist echt übel. Ja, das ist schon wieder. Aber ich kann mir einfach die Zombies irgendwie beschäftigen. Ich bin tot. Ich bin tot. Schon wieder. Weisst du, ich habe es gerade gesehen. Blutsprüze, ich glaube, du bist gerade da vorne gestorben. Bist du bei einem Bauernhof? Ja. Ah. Ah, scheiße, das warst du. Hast du etwas gefunden? Ah! Ich habe ein Auto. Also wenn irgendwer muss mit einem Militärwagen... Ah, weg, weg, weg! Ah, drei Autos! Shit, ich habe keine Munition. Oh, bitte. Oh, ist das noch... Oh, yes! Ich habe noch Waffe. Ich habe noch Waffe. Yes, 10% Tank. Ich fahre einfach Geld. Und jetzt Axt. Yes. Also die Axt ist verdammt scheisse. Ja, ist besser als nichts. Ich habe keine Batterie mehr in dem Haus. Ich habe keine Batterie mehr in dem Haus. Nein. Okay. Scheiße. BANG! Ey, wir sind die Besten hier irgendwie. Ich habe... Ich habe ein Auto mit 9% Tank. Aber wenn ich... Ja, Reload. Ich mache schon Reload. Aber ich habe keine Munition mehr, glaube ich. Let's kill! Let's kill! Ich habe einen Waffen. Ich habe einen Waffen. Schlagstock. Blutzen. Dann habe ich hier ein Jackpot gemacht. Nice. Und ein Krankenwagen. Woah, shit! Den Skill haben wir uns gesehen. Wieso hast du das Ding eingeklemmt? Hä? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich habe die Taschentaube mit einer Hand gehabt und habe mir die Batterie geklappt und wieder in den Busen geklappt. Nein, nein, nicht schlecht. Nein, ich stürfe jetzt gerade wieder 20%. Oh, no, no. Jetzt ist noch zu weh. Ich habe keine... Oh, Mann. Ich habe gerade Platz. Mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Ich habe Kleider. Ja, ich habe irgendwo etwas gefunden, aber... Nein, help! Ich habe keinen Fall. Nein, ich werde doch nicht etwas ausgerieren, was wir brauchen. Ich habe zu viel. Ich habe zu viel. Und ich habe Zombies hinter mir. Ja, verstehe ich. Ich habe einen Drop. Scheisse. Fuck, Mann. Ah, jetzt habe ich es angelegt. Nice. Bist du immer noch mit der Militärbasis? Ja. Hangar und Tower und so Zeug. Ja, so zwei Towers und so Zeug. Rote Zelt. Was? Nein. Nicht. Jetzt nur Gebäude. Ganz immer für Kanadier. Wie mache ich nicht Platz, ey? Steck das nicht, ey. Nein. No space. Ja, da kannst du irgendwie, wenn du etwas anklickst, kannst du es nehmen. Äh, kannst du es... Oh, Nägel. Was ist das? Flugzeug? Was? Flugzeug, kann ich aufs Flugzeug fliegen? Das wäre das Geil. Also, ich fahre jetzt rum, vielleicht. Au, au, au. Warum ist das so schnell? Ich brauche da dringend Hilfe. Ja, ich weiss schon, ich würde mir gerne in die Nähe kommen. Okay, Flugzeug fliegen geht nicht. Scheisse. Ja, super. 8.10 da. Ah, fuck. Ich merke immer, wenn er so interessiert. Ja. Das ist echt nur ein Zombieball. Ja, sag nichts, ey. Nein. Du weiss. Und ich esse. Quick. Ui. Ich erkenne mich gut. Ich bin der Anführer der Zombiearmee. Oh, shit. Also, okay. No to self. Blaue Beere sollte man nicht essen. Oh, shit. Wieso? Das ist wie bei dir wie aus einem komischen Potentrigger in Minecraft. Hehehe. Wow. Schmierarmee hinter mir. Armee. Marsch. Schmierarmee. Schmierarmee. Aber es kann ja nicht sein, dass man nur so wenig Platz hat. Ähm. Ja, ich finde es. Und vielleicht einen Rucksack finden oder so. Ja, ja. 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 Äh, ja. Ich weiß, es ist 1,75 kg von 5. Und ich habe keinen Platz mehr. Ich denke nicht. Ah, stirb. Boah. Ich kann ja mehr. Ich könnte mal Zombies abwehren. Ich brauche das schon. Ich bin ja ein mega schlechtes Weg. Uff. Okay, 15%. Ihr Durst. Ihr Hunger. Ich habe... Ich habe Hosen. Ich habe sie verstrahlt. Und die Blitze bin ich 100. Das auch noch. Tomatensamen. Tomatensamen. An einer Farmer auch noch. Ja, ja. Wie läuft vielleicht der Küste entlang? Ich finde einfach keine Hosen. Das gibt es doch nicht. Da vorne ist so ein wenig eine Stadt. Äh, ich bin da in einer Stadt. An einer Küste? Ja. Uff. Ich weiß nicht. Das sieht so aus. Zwei brennende Ausflüsse sind. Oh, wir laufen jetzt einfach mal durch. Oh, vielbogen. No space. Scheiss auf Holz. Ah, kann man nicht unser Auto etwas tun? Weiß ich nicht. Was ist jetzt da hinten noch? Dead Seed? Nein, nein. Nehmen wir das. Ähm. Wie soll ich mal holzen? Oder wie geht das? Was? Aber wie kann ich jetzt craften? Also hast du etwas Schlauses craften? Ohhhh. Was soll ich craften? Also bevor ich anfange so etwas zu craften? Also bevor ich anfange so etwas zu craften, wie ich irgendwann einmal einen Kopf schiessen zuerst. Ja, das habe ich schon können. Ich hätte nicht. Ich hätte so etwas hier stehen heute. Mhm. Ich laufen auf einer Tierdenstraße. Ah, das sind Kanada-Shit. Nein. Zombies haben mein Auto kaputt gemacht. Und ich packe im Auto. Fire-Eggs. Super. Ja, schon mal gut. Ich muss sie schwarz spielen. Ja, ja. Ja, ja. Es sind mega viele 4-Days-Ein. Das ist geil. Ah. Aber es gibt schon Autos. Es gibt schon Autos, du. Ja, sag ich nicht. Es ist schon schneller. Oh nein. Wie soll ich das? Aber das ist so wieder richtiger Autor und Simulator. Oh oh. Sackgasse. Fuck. Das ist ein Auto, oder? Das ist mein Auto. Alter, Schwede. Hat jemand checkt, was das für einen Sinn hat, das Spiel? Ja, das gleiche, weil der ist ja Minecraft. Scheisse. Bisher ist ziemlich ungesund. Wir haben geschätzte 30 Zombies. Sagen wir mal. Ah, wirklich? Reload! Reload! Ah, da hast du mich geflippt, den Auto. Ja. Fuck, ich meine, ich lass mich ein bisschen killen. Sterbe ist nur für die Pussys. Und respawn. Wie kann man sich wieder heilen? Ist das wie bei dir sein? Du musst essen, oder? Nein. Bondage. Einfach die Form von mir ins Gesicht drücken. Das ist wieder besser. Ah schon? Okay. Das heisst, kann ich auch aus meinen Hosen... Rack. Das war ziemlich dumm. Oh, 5% Leben. Boah. Cloth. Kraft. Und Out. Rack. Kraft. Boah. Ich habe meine Hose aufgenommen. Nice. Ich bin wieder auf 15%. Oh shit, 5% gibt eine Hose. Also 5%, ja. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Das sind nicht nur mich allein. WTF? Was ist 5% Platz, oder? Nein, ich habe Leben wieder bekommen. Ich bin tot. You're a zombie. Hey, die Welt hat die Farbe. Was? Die Welt hat die Farbe. Ja, sag nichts. Das habe ich vorher gedacht. Ich habe die ganze Farbe. Irgendwann im Wald gespawnt. Ah. Okay, Zombies gehören jetzt. Hast du gerade geschossen? Ja. Wie gehörst du? Ich gehörst. Okay, gehörst du jetzt beide. Ich sehe deine Säckele. Ich säckele jetzt, das ist wahrscheinlich ein Zombie. Kannst du nochmal schiessen? Nein, warte. Jetzt gehörst du nicht. Nein, okay, ich bin tot. Das bist du noch, oder? Ja. Okay, jetzt habt ihr euch, dank mir, wenigstens gewonnen. Ich mache jetzt die andere Seite weiter. Oh, Scheisse! Ah! Also, komm, gehen wir weiter. Naked man. Ich habe wieder gebi-art zu geklaut. Schau, hier am Boden. Bist du mega gut hart. Wo? Was? Der Boden ist die gleiche Farbe wie die Haut. Aha! Jawohl! Super! Ähm, ich bin dort, wo wir ganz am Anfang gewesen sind, bei dem Flughafen rücken. Ah, was, was, was? Ähm... Ich glaube auch mal. Flughafen, ja. In dem Flughafen, wo wir ganz am Anfang gewesen sind, dort bin ich jetzt. Die, die Zombies. Rennen wir, oder? Die nieten wir. Komm! Pack deinen Schweinl und Seckel! Oh, ich bin rausgekommen. Yes, ich habe ein Auto. Scheisse, ich bin chaot. RENN! Das sage ich gerne ganz nicht. So, das mache ich mit meinem Auto und zwar... Was ist das dort? Wo, wo, wo? Ah, das ist ein Schaf oder so. RENN! Wir haben gerade andere Probleme. Dann ist er heute. Ha! Zombieverfahren. Links von uns ist etwas. Wo? Ab, heute! Oh nein, jetzt wird es langsam dunkel. Da sehe ich das richtig. Ja. Nooo! Ah! Boah! Boah! Scheisse, zwei Prozent. Ja, wir haben die Zäger, aber sie verfolgen uns immer noch. Ja, ja. Dich. Ah, jetzt bin ich in dem Dörfchen, wo wir noch erst gewesen sind am Anfang, ja. Bolt, Big J. Ah, da bin ich gesehen. Ah, da bin ich gesehen. Der hat eine Schmine, der ist meine. Der hat keinen Tank. Irgendwann hatte ich hier eine Axt gesehen. Das ist schon ein Zombie, Mann. Kann ich das nicht kommen? Wie ist das? Boltz. Fuck. Help. Hörni, wo das jetzt ist. Oh, das ist sehr witzig. Oh, Schroppflinte. Ich will die Schroppflinte. Help. Help. Ah, unseie, unseie. Ihr verdorbe meine Karotte auf genug. Aus Reflex. Das hat der Benzin. Wie der Degas Pinkel von der Benzin hat. Das hat jetzt kein Benzin. Oh! Oh, schüsse, schüsse. Oh, shit. Ah, ich bin das. Bist du wieder bei uns in der Nähe? In dem Fall, ja. Ich bin in dem Dörfchen. Wir auch. Schon? Ja? Ja. Oh, ich bin im Auto. Ein gelbes Auto. Aber jetzt... Ach, shit, das ist eine Benzinie. Oder nicht mehr so viel. Nein, das Auto ist überschlagen. Oh, was? Nein, es läuft noch. Puh. Nein, es läuft nicht mehr. Echt auf. In einer Feuerwehrjacke noch. Geh raus da. Gib mir das. Aber geh raus. Ja, ich werde... Ahhhh. Kommt doch keine Energie! Fuck, geh einen Hammer! Verstehst, hab ich noch. Oh shit, das viel zu wenig. Ich hab die Zonges. Okay, mach dich alle kalt. Was ist das Spass, das gibt? Tot. Nice. Oh, oh! Wie tust du dich jetzt heilen? Ja, Bandageunterzüge. Aha. Ja, Bandage. Ja, die sind besser als Rags. Oh, es ist ein Essen. Pocket Knight. Was hab ich mit dem? Batterien. Kein Platz, mein Mann. Bis auf die Bolzen. Nie einen verdammten Vorschlag haben wir hier. Ich hab eine Axt. Ah, ich hab genau gar nichts. Mal Potatochips. Yeah! Hast du das nicht gerade erwartet gehabt? Noch, aber ich kann Munition mehr. Vier Schraubflinterschüsse hab ich gehabt. Schau, da hast du Gasstation. Dann müssen wir doch irgendwie die Chance haben. Dann können wir tanken. Ich weiss nicht, ob das geht im Fall. Ich esse die erste Mal schon gierig. Carjack? Oh, Bugshot. Nein, kein Space. Fuck. Ähm. Nein, fucking tot. Hey, das ist einfach unerfindlich. Da kommt ein Zombies! Feuerwehrmann! W-w-w-w-w-w! Scheisse. Hey, für nichts. Wie sehnt ihr's? Jetzt sind wir schon 30 Minuten am Zocken im Fall. Ja, ich weiss. Was? Ja, was meinen Sie? Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Keine Ahnung. Es ist eine Fahne ab und zu, würde ich sagen. Ich weiss. Ja, das Problem ist einfach, ich finde Zombies sind vollkommen overpowered. Vor allem, wenn es mehr als eine sind. Ja, man. Ich find's fair. Kommt einfach alle auf dich los, oder? Ja, was meinst du? Ähm. Grafik. Also, einfach gesagt. Ganz normal. Grafik. Also, Grafik kannst du eh noch nicht wirklich verwerten. Ich mein, das ist ja das gleiche. Was willst du noch verwerten? Nein, bewerten. Es ist das gleiche, wie wenn du ähm, bei Rust zum Beispiel. Am Anfang ist ja Grafik zu vergessen gewesen. Halt einfach, weil es Early Access ist. Ganz im Game ist scheisse. Ja, gut. Mittlerweile ist es auch ein bisschen besser und geschlissener. Ja, geschlissener. Geschliffener und sowas. Es sieht schon ein bisschen besser aus mittlerweile. Aber, äh. Naja. Ähm. Was? Also, ich spreche die Pläser eben so. Es muss lange zur Grafik. Ja, genau. Ich denke nicht, dass die da Grafik gesagt hat, wir haben kein Geld mehr machen. So, die haben das extra gemacht. Ja, die haben das wahrscheinlich früher. Nein, ich hatte das Gefühl, das ist einfach Early Stage. Die haben das jetzt noch nicht mehr entwickelt. Ich glaube, dass sie noch mehr dran machen. Ah, aber die Minecraft-Grafik wird bleiben. Aber, äh. Das kann schon sein. Ich glaube, ja. Das kann schon sein. Äh. Äh. Äh, fahr ab, Zombie. Scheisse, ich konnte es überleben. Gameplay? Das Gameplay ist einfach zu schwer, hey. Also, am Anfang kommst du einfach zu gar nichts. Genau. Und ich habe jetzt wieder 3000 Zombs unter mir. Ah, Mann, ey. Genau. Ja, also Zombies sind anders als Old Power. Okay. Besser als der Hunter-Rocke oder schlechter? Hä. Äh. Ich weiss nicht im Fall. Ich weiß nicht besser. Es hat mir wenigstens ein wenig Fun gemacht. Der Hunter hat mich noch angekotzt. Ja, das stimmt. Es ist schon besser. Also ist Hunter immer noch schlecht. Ich bin nicht da... Schlechtest Game ever, der Hunter. Nein. Rust. Hunter. Nein, also so schlimm findet Rust auch nicht. Ich finde es zwar nicht wirklich spielenswert, aber so schlimm ist es. Schlechtest Game ever, finde ich nicht. Hunter macht viel mehr Spass als Rust. Was? Fünf Stunden im Gebo-Schock? Also man hat ein scheiss Tiergefilm. Nachher steht, du brauchst eine scheiss Lizenz. Ja, aber das ist ja der Sinn von dem scheiss Game. Ja, aber auch nicht. Nachher steht, du brauchst eine Lizenz. Gib mir 20 Euro, Mann, du Wichser. Ja, das ist wieder etwas anderes. Ich habe einfach zu wenige Events... Oh! Poncho! Ne, also... Ich sage Rust, Hunter und nachher das. Okay. Also von der schlechtesten. Genau. Die jagern mich immer nur, das ist ja keine Chance. Jetzt zog ich noch. Ja, du, mir läuft es noch, aber ich bin eigentlich nur noch so rumgedümpeln. Es wäre witziger, würden wir uns finden? Ja, gut, aber dann stirbst du mega schnell, dann musst du dich wieder suchen. Ja, ich könnte gleich wieder zum Roten kommen, wenn ich mich noch nie einlöben. Nein, musst du nicht noch erschrecken. Eben. Kommt jetzt. Dann kann ich die Rauschenplärmung machen. Okay, scheisse. Und, ich bin tot. Wie lange haben wir jetzt gespielt? Eine halbe Stunde. Viel zu lang für das Spiel. Jetzt haben wir jetzt schon kaputt. Ey, ich habe ein gutes Fazit für das Game. Ein gutes Fazit. Ja, genau. Ja, genau. Weißt du was? Ja, genau. Nein, das macht Spass. Aber mich würde es interessieren, wenn irgendwie in einer halben Stunde, äh, in einer halben Stunde, in einem halben Jahr nochmal das Spiel würdest du ansehen und schauen, ob sich etwas verbessert. Das stimmt, ja. Vielleicht ist es 51 Megabyte. Wer weiss. Ja. Voll. Aber ich habe es noch gar nicht gefunden. Ja, also ich finde für Free-to-Play und Early-Access und so easy. Und so schnell kannst du anmeladen und einfach gerade reinkommst. Das ist easy. Das ist jetzt eigentlich, dass dann funktioniert mein Port-Beiterleiten und so, dass ich hosten und irgendwie zu connecten kann. Das ist voll easy eigentlich. Von dem her. Ja, ja. Okay, jetzt ZOBIFY! Also es habe ich verloren in 30 Minuten. Das ist nice. Also ich würde sagen, hey, merci für das ZOBIFY! Ja, merci. Das ist schön.